So, Catwoman bin ich wieder am Start! Was ist hier? Wo muss ich denn überhaupt hinsen? Dahinten muss ich irgendwo hin. In dieser Ollen. Ich kann so viel weiter springen als Batman. Ist so schon viel agiler. Weil leider auch viel schwer. Und die ist jetzt überhaupt nicht trainiert. Zu spät, sagt er. Wenn Batman hier jetzt, läuft hier irgendeine große Nummer. Zu spät, zu spät, zu spät. Zu spät, zu spät, zu spät, zu spät, zu spät. einen ganz schönen weiten weg hat sie da ich weiß nicht wenn ich drücken muss oder nicht wir sind in sector 2 wir werden angegriffen der tresorraum wurde beschädigt wir vermuten dass poison ivy hinter dem angriff steckt bestätigt er richtet an den schutzbereich sicher den eingang ich muss genau da rein ja zwei typen mit waffen die sich gar nicht bewegen nur einer mit waffe nals du lässt mal schön wieder los dreifach ausgeschaltet die hälfte meiner lebensenergie verloren ohne schutz ist blöd ich kann mich immer darauf verlassen dass du da sind und da ist dass lage gute arbeit rotzopf zeit der reinschzubing Da rein. Wachungskamera. Keine falsche Bewegung. Wo muss ich denn hin? Ich weiß, wie ich hin muss. Stele 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, oder? Ja. Oh. Ah, da kann sie nicht drüber. Shit. Falsche Dacht. Hey, ich bin doch schon tot. Ich hab mich doch schon längst entdeckt. Okay, da kann ich nicht lang. Wie gab dir diese Chance? Wett mal an die zwei in deinem Herzen. Was? Ihre Beutezüge enden hiermit. Das ist der beste Tipp ever. Sie wurden entdeckt. Sie wurden entdeckt. Werden sie nicht entdeckt. Ich kann natürlich an der Decke entlanglaufen. Da hab ich nicht gedacht. Da kann ich mich natürlich frei bewegen, ne? Ah. Zumindest etwas frei. Ja. Immer wieder hier lang. Man muss ja nicht zu sehr stark passieren, unser Glück. Da kommt gefährlich nahe. Na ja, ein kleiner Umweg. Umweg, 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 umweg. Was? Das könnte er hier lang. Und gut. Die bestraft sich nicht. Was? Oh nein! Ach, ist das nervig. Scheiße, ey. Aber so schön fix. Dann dreht er sich um. Ja, komm. Wer? Es gibt noch mal einen Eindrängling. Nein. Blödes Drei-Karten-System. Ja. Diebstahl. Wo ist die Sicherheitszentrale? Das? Diebstahl. Wo ist die Sicherheitszentrale? Das? Was ist los, Selina? Willst du gehen, ohne deine wertvolle Beute aus dem Tresorraum von Strange zu holen? Äh. Sicherheit, Sicherheit. Verstehe ich nicht. Was ist los, Selina? Willst du gehen, ohne deine wertvolle Beute aus dem Tresorraum von Strange zu holen? Ja, die Frage ist, wo ist denn, wo ist denn der Kack? Die ist verschlossen. Ich hab die Schlüsselkarten. Als nächstes muss ich vom Kontrollraum aus dem Tresorraum öffnen. Oh, doch von hier. Wo denn? Geht denn das? Hier? Ah, komm, ich würde übernommen. Das ist sehr unauffällig. Was ist los? Jemand öffnet den Tresorraum. Ist das eine Übung? Keine, die angekündigt wurde. Zuhören, im Bereich ist irgendjemand. Verteilt euch und sucht nach Eindringlingen. Keine Gefangenen. Bewegung! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, das ist Batman? Ich hoffe nicht. Für ihn gilt ein Sonderbefehl. Mit ein bisschen Glück ist es nur Puck aus Arkham, das reich werden will. Dann amüsieren wir uns ein bisschen. Soll ich die jetzt töten? Soll ich die töten? Ich weiß nicht. Wie kann ich denn Krach machen mit der? Hat die auch irgendwas? Bolas Fuß an. Mal versuchen da durchzukriechen. Guck an. Okay, jetzt kann ich sie auf jeden Fall umlegen. Zielperson verschwunden. Was gucken die alle? Die Welt. Jetzt kann ich vielleicht einen schon ausschalten. Hä? Komm, rein. Um zu sichern. Zum Glück bin ich noch mal gekommen. Hier ist nur noch einer an der Tür. Verteilt euch ein bisschen, ne? Wir haben einen Mann verloren. Belassen wir es dabei. Den da hinten legen. Ah, jetzt geht der auch da rein. Okay, er ist dran. F? Wie... Wieso geht denn das manchmal nicht? Zählt mal durch. Zählt mal durch. Verwundeter! Bei meiner Position! Schnell weg. Oh, die ist mit ihm. Komm runter, runter, runter. Oh, die ist mit sichern. Oh! Huuuuhhhh! Drücke vor, um zu sichern! Hier bin ich schonmal raus gekommen. ist das fies ist das fies hier ja genau kommen hier und dann gehen wir wieder in deiner gänge ja los jetzt kommt da der nächste nicht in den händen ausschalten auch den da bleibt er noch stehen glücklicherweise hier tiger 54 wir haben nicht kontakt und können bestätigen dass das ziel im stahlwerk ist ich wiederhole batman hat das stahlwerk betreten gut setzen sie das stahlwerk auf die liste der wichtigsten ziele protokoll 10 wird sowohl batman als auch joker vom angesicht der erde ziele markiert das stahlwerk ist nun ein stil der prioritätsstufe alpharoth anzahl der wochen um 500 prozent erhöht machen sie tausend daraus verstanden noch drei sekunden aber jetzt habe ich ihn die haben das stahlwerk gesprengt so so dann ist das alles vom batman passiert werden die bei all wieder drinnen hängen kommt hier mal ganz schnell ein bisschen kugeln anscheinend hat das kätzchen die sahne gefunden was ist denn die sahne es sieht aus als hätten wir unseren eindringling erteilt ihr eine lektion auch so es ist ein ausgesprochen guter tag bänden wird schon bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sie okay kurz um dich Oh Mann, kann ich jetzt mal da hingehen? Ja, hab ich doch... Och Mann! Ach, so eine Scheiße. Hardwild. Ich muss immer noch was an der Brust kleben. Das Auge saurens. Klick, 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 klick. Oh, das ist ein ausgesprochen guter Tag. Batman wird schon bald tot sein und jetzt habe ich auch noch sie, Miss Kyle. Oh, leg doch dein Schild wieder. Oh Mann, das sollte man ausbilden können. Diesen ein Move. Oh Gott, das ist doch schon wieder nichts. Ah, den kann man nicht spontan. Ich muss eigentlich nur auf diesen Schildtypen achten. Oh, da kam er wieder. Irgendwas mit nirgendwo. Oh. So. wir haben sich kontakt nicht wiederholen der stahlwerk wurde neutralisiert die aus city und ich kann doch nicht mehr rennen und so ich gehe einfach da liegt er hey selina du schaffst das die einfach und lass ihn zurück ist ganz leicht du verzeihst dir das nie selina rette batman und dann raus hier kann ich mich jetzt entscheiden ist ja nicht so dass er sterben würde so höchern retten seit wann hast du eigentlich ein gewissen als frau hat man nichts als arbeit halt durch mein hübscher ich werde dich retten das jetzt abkürzen können großartig siehst du was ich für dich aufgebe batman ich dachte du könntest meine hilfe gebrauchen hast recht glaube ich habe mir ein nagel abgebrochen bleib du lieber grüblerisch die witze übernehme ich ich schätze wir wissen jetzt beide was protokoll 10 ist nicht wahr wenn du es stoppen willst wirst du dich beeilen müssen hm weißt du wie jetzt nicht ganz verstanden das kannst du nicht tun hunderte würden sterben ich brauche deine hilfe um den angriff zu stoppen er wird talia töten sie müssen das zu ende denken batman kann diese menschen nicht sterben lassen Mein Sender aktiviert sich nicht. Leite sofort alle Waintec-Satelliten um und verstärke das Signal. Das kann ich nicht tun. Ich weiß, dass es nicht leicht für Sie ist, Sir. Aber wiegt dein Menschenleben schwerer als der Tod von tausend anderen? Tu das nicht, Alfred. Batman muss Gotham retten. Tut mir leid. Aber tief in Ihrem Herzen wissen Sie, dass ich Recht habe. Ach, verdammt. Oracle, verliere auf keinen Fall Talias Signal. Okay. Der Turm ist verriegelt. Ohne Codes komme ich nicht rein. Einer der Hubschrauber wird das Hauptsteuerprogramm einsetzen. Ich muss den Hubschrauber nur noch finden. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Mehrere Ziele neutralisieren. Große Anzahl von Leichen. Dann scannen wir die jetzt alle mal. Ah, ärgerlich. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Neh mal Gas geben. Mehrere Ziele erfasst und neutralisiert. Ach, jetzt bin ich in dem Scheißwasser gelandet. Oh, was ist mit dem? Big Verdeck. Boah, Junge. Außer Reichweite. Hä? Hä? Oh, hat er nicht. Jetzt sind die Treffer. Insassen wurden neutralisiert. F 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 F. Ziel wurde getroffen. Was macht der denn? Er soll da runter und hier landen und an diesem scheiß Hubschrauber scannen. Kann er sich wirklich nicht da drauf stellen? Was wäre ich für ein Hubschrauber? Wie kann ich das? Hauptsteuerung für ein Turm ist im Turm. Gut, du tust das Richtige. Batman fliegt durch die Stadt. Der Wonder Tower. Ist das der große Tor? Der Eiffel-Turm. Oh, ich habe Eiffel-Turm. Drauf gehen. Bestätige Treffer. Mehrere Insassen gefallen. Du, 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 du. Bestätige Treffer. Insassen wurden neutralisiert. Nicht dich schlafen. Und so weiter kommt gleich auch. Ist das hier oben rein oder unten? Oder hier unten? Wärmeabtastungen des Bereiches zeigen 15. Korrigiere. 17 Tote. Hartenkamera in Sektor 1 verloren. Hä? Hä? Todeszahlen in Sektor 3 sehr hoch. Kehren zur Basis zurück. Muss ich doch hier rein? Ziel wurde getroffen. Gerät knacken. Ich habe ja das Passwort. Ziele wurden bekämpft. Sektor 4 brennt wie ein Weihnachtsbaum. Schlaukopf. Danke. Ich melde mehrere Treffer in Sektor 2. Was macht er denn? Muss ich die Türen eigentlich alle zumachen? Nicht nochmal! Diese Tigerwaffen haben Betäubungsstöcke. Um mich zu schützen, muss ich sie von hinten angreifen. Wir sagen Bescheid, wenn wir so weit sind und ihr sie runter in den Tötungsbereich schicken könnt. Hallo? Ich wollte den ruhig ausschalten. Hä? Wurde ich den wieder aufgeweckt? Das darf er wohl nicht wahr sein. Ich bin mit meinem Schock wieder aufgereckt. Was hat denn eine Waffe in der Hand? Mega leise bist du. Was? Bleib wo du bist! Bleib wo du bist! Bleib wo du bist! Bleib wo du bist! Nehmen wir nur mal Joker. Würde er ohne dich überhaupt existieren? Bist sicher deprimierend. Du hast so viel geopfert. Und bist doch von allem schuld. Oh, das ist fahrgabend. Endlich haben wir den großen Batman besiegt. Schon bald werde ich meinen rechten Batman in der Zeit meines Meisters einnehmen. Wir werden die Welt behören. Direkt die ganze Welt. Wenn, wenn, für all deine Hände gehören. Und jetzt? Tötet ihn! Nö! Endlich! Schade! Da ist dann schon ein paar Kräschentreffer. Boah ey! Da ist der nicht zugeschlagen, der Typ! Anzipläge! Ah! Ah! Statt! Da kriegst du halt mal eine drauf. Jetzt sind sie auch noch zu zweit. Och, komm! Was hat denn deine Waffe? Komm, neuer! Ich hab schon fast keine Energie mehr. Hast du das gewusst? Ah! Wie kann ich den? Muss ich mal wegmachen. Oh, Scheiße! Auch noch der mit der Kacke. Ja, das muss ich ja jetzt. Ach, come on! Mann, 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 Mann. Sie haben seine Erwartungen nicht erfüllt. Ja, oh, da steht er wieder. Ja. 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 Ja.